Haube Dere, grüßt euch gut und herzlich willkommen zum 3D-Zollern und regelmäßigen How-To, nein, nicht How-To, hau einfach alles in ein Video rein, weil es eh keine andere Hobbys hat, so sollte man es nennen. Ich nenne es halt einfach random Scheißdreh, die hat halt gerade irgendwie so in meiner Aufnahmegalerie, generell halt einfach in meinen Videos noch auftaucht, wo halt uralter Scheiß dabei ist. Ich mache es regelmäßig, nö, mache ich es irgendwann einmal einfach, weil ich Bock drauf habe. Ja, viel Spaß, ich halte es lieber mein Pfotzen, bevor ich noch mehr Scheiß war, und Freie Weihnachten, Gute Nacht und dein Mann stinkt. Mein Pfotzen geht kaputt. Die Kiste ist schon längst wieder weg. Okay. Mir passiert nicht. Ah! Wir kommen jetzt wieder hier. Hä? Wo bin ich? Hä? Hä? Was ist das? Oh, hä. Diamantschwert, Spitzhacke, Axt, Schaufel und Hacke, ernsthaft? Ein Bogen ohne Pfeile, warum nicht? Ein Schild und was zum Essen. Ich vollgasnärischer Depp-Poppos vergessen. Fuck. Aufnahme. Jetzt, hahn sie mal leise. Jetzt, hahn sie mal leise. Guten Tag, ich bin die Oma Elke. Du, ich mache heute nicht Lachen-Chillage, weil der alte, fette Hund hier, der muss immer so eine YouTube-Kacke machen. Du, ich habe mir gedacht, da sitze ich mich einfach hier immer kurz vor seinen Kasten hier, während der gerade beim Scheißen sitzt. Und mache hier mal so ne, nicht Lachen-Chillage. Ich hoffe, euch gefällt's. Graubisch. Keine Ahnung. Wo muss ich hier gerade wieder drücken? Ah, hier. Hallo und herzlich willkommen zu Hitman 2. Ja, ich mache kurz einen Mikrofon-Test. Ja, ja, komm, 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 komm. Tobias, noch mal neu starten. Ja, warum, 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 warum? Junge, was habe ich dir gesagt? Mit dem... Mei, oh, mei, habe ich mich eingeschissen. Ja, bin, aber noch. Mei, hat der kleine Cookie in die Cookie gemacht? So, ja, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Du bist der Seherner, Mongo. Mongo, du bist der Seherner. Also, nur mal. Ich sitze im Stuhl. Drei, zwei, drei, zwei, drei. Eins. Guten Abend, die Damen oder Herren. Oder guten Mittag worden. Aber immer ist das Video, Schatz. Ich begrüße Sie jetzt. Ich... Na. So, 15.000 Chicken Nuggets und ein Hamburger. Dazu nur 16 Bier. Servus. Merci. Nein, ich komme rüber. Ja, ich komme rüber. So. Tobias, du musst da werden. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Jo, guten Morgen. Was geht ab? Habe die Ehre. Grüßt euch Gott. Mehr was... Ich sehe nichts mehr. Ach, dann leck mich. Eure, ihr habt keine Ahnung, wo sie da drin sind. Keine Ahnung. Wer ist er, Eure? Bewegt mir angeblich gar nicht. Natürlich. Matheum! Bisset! Bisset dich! Dan eben. Ah pfff Pussy Lame, nicht röpschen! Okay, lass mir diese Mühe. Er ist der Besucher! Wir brengt der Hut! Wir brengt der Hut! Wir brengt der Hut! Oh, hat der Bubi Angst! Doch, ich kann schlafen kurz! Mama! Oh! 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 Ja, rauw Wund. Ja, rauw Wund. So wie. Piss dich! 3-2-3. Du kommst steuerst dabei eine? Okay, gut. Leg mal los. Ist so komisch, naja. Wenn der Reaktor hätte... Heule, ich muss jetzt gehen. Ach du sch... Die Flur. Scheiße! Du, was weiß es ist. Alarm! Was ist da passiert? Scheiße, 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 was kann ich sagen? Was denn aus? Ah, hallo Lambo! Ah, hallo Lambo. Weg da, weg da, weg da! Geh mal her da! Steig rein! Der Atomkraftwerk baut! Der Atomkraftwerk ist explodiert! Weg! Weg! Warum haben sie eigentlich... Raus! Es ist nicht meins, ich bin da bloß angestellt. Motorenkarten Wir haben ein Schicksal, aber ein Schicksal A. K. K. Das ist ein Schicksal Z机ine ... und wieder was mit dem Nerven Wir sind ein Schicksal Wir sind unser Schicksal Wir sind nicht in Schicksal